Moin und willkommen zu einem neuen Video hier. Ich dachte, ich zeige euch heute mal mein derzeitiges Renekment-Projekt, wo ich gerade dran sitze, weil ich schon relativ gut Fortschritte gemacht habe und de facto so gut wie fertig damit bin. Ja, es geht hier wie unschwer zu erkennen um die Diensteinheit 9, was eine spezielle Einheit der Volkspolizei war, ähnlich dem SEK heute. Naja, ungefähr. Und da wollte ich mal zeigen, was Ausrüstung angeht, Bekleidung ein bisschen, einfach mal die Fortschritte. Wollen wir nicht lang schnacken, legen wir los. Dann starten wir gleich mal mit dem Helm, mit der Maske und mit der Jacke an sich. Zum Helm, ich habe mir hier ein VEB Perfekthelm grün angesprüht, das soll das erste Falli-Helm-Modell imitieren, das vierte würde auch gehen und ganz häufig hat man es wie auf diesem Bild gesehen mit dem polnischen Modell. Zur Maske, es ist eine Skimaske mit, naja, rotem Rand, gibt es als Go-Kart-Masken. War ganz einfach, wahrscheinlich Import irgendwas, Hauptsache das Gesicht war bedeckt und man überhitzt nicht. So, zur Jacke, die Diensteinheit 9 hat Fallschirmjägerjacken getragen, mit angenähten Schulterstücken. Bei mir jetzt Offiziersschüler, bei mir ist das S, ja, weg, soll nicht stören. Also eine normale Falli-Jacke. Und dann geht es auch schon unten weiter mit den Hosen, das sind normale FDU-Hosen, die werden noch getauscht durch falsche Megahosen, so wie es sich gehört. Beim Schuhwerk, ich verwende Miltec Franzosenstiefel, die kommen dem Falli-Modell sehr ähnlich, sind aber günstiger und die gibt es auch noch in vernünftigen Schuhgrößen. So, machen wir weiter mit dem Schnellziehholster, den Magazintaschen, der Knebelkette, dann noch das Handschellenholster, die Handschuhe und die Optiktasche und die Befüllung. Dann beginnen wir direkt mal mit dem Schnellziehholster für die Makarov oder PSM. Komme ich gleich nochmal zu, das ist eigentlich ein Schnellziehholster für die PSM. Ich habe da jetzt meine Makarov drin, das ist eine DENIX Deko. Jo, die PSM dürfte man nicht mal als Deko besitzen, das kleine garstige Ding. Jo, warum ich es trotzdem für die Makarov benutze, weil wenn man mal eins kriegt, die Dinger sind selten. Ich habe es nur halt für die PSM gekriegt, nützt halt nichts, wenn ich eins für die Makarov kriege, dann wird es natürlich gewechselt. Kurze Erklärung, warum die Makarov dort nicht reingeht, die PSM ist kleiner, die Makarov ist größer. Demzufolge ist diese Funktion nicht mehr gegeben. Ja, stört mich aber jetzt im Moment nicht, denn die Makarov passt trotzdem mal rein. Das geht nicht, der Riemen geht aber zu. Also stört es mich nicht, es hält für den Moment. Machen wir weiter mit den Knebelketten. Die wurden verstaut in einer Magazintasche vom Unterschnellholster für die Makarov ebenfalls. Wurden gerne abgetrennt, Knebelketten rein. Sieht für mich nach einer Top-Lösung aus. Passt rein. Passt. Dann auch noch für Spitzereinheiten angefertigt eine Doppelmagazintasche, ebenfalls für Makarov. Gibt es nicht viel zu sagen. Und jetzt kommen wir zum Handschellenholster. Das waren auch Sattleranfertigungen. Hier waren die Handschellen drin. DDR-Modell 3. Hier nochmal die Schelle. Funktioniert auch tadellos. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Handschuhen. Die sind irgendwo gekauft für 5 Euro. Irgendwelche billigen Einsatzhandschuhe. Das ist relativ egal. Hauptsache die sehen nach was aus. Originale sind immer besser, aber stört nicht. So, nun noch zur Optiktasche. Das ist eine RPG-Optiktasche NVA. Die wurde gerne zweckentfremdet. Unterschiedlichstes Zeug befand sich drin. Bei mir zum Beispiel jetzt zwei Nebeltöpfe. Dann noch eine Taschenlampe. Da wären eigentlich noch zwei Zangen drin gewesen. Und hinten ist noch etwas Fahr-Bandszeug. Ja. Das war aber nie einheitlich. Das wurde individuell befüllt, wenn man die Tasche überhaupt getragen hat. Ich trage sie jetzt, sonst sieht es bei mir so leer aus. Und man kann es ja immer mal gebrauchen. Nicht wahr? Ja. So viel dazu. Und nun nochmal zur Thematik Falschimiger Weste. Ja, die wurde getragen. Wurde aber auch nicht getragen. Kam immer auf die Person an. Es geht nämlich auch darum, die Einsatzmittel, die du am Koppel hast, ob dich das hindert oder nicht. So eine Falli-Weste. Denn ich könnte es jetzt an der Falli-Weste nicht richtig verteilen. Denn wir haben hier diese große Schlaufe, wo der Koppel durchgeschlauft wird. Und du müsstest alle deine Einsatzmittel vorne am Bandst haben. Und das ist meiner Meinung nach hinderlich. Das soll es jetzt aber auch erstmal gewesen sein. Falls Fragen offen sind. Falls ich was vergessen habe. Wie immer unten in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal würde ich mal sagen. Und bis zum nächsten Mal.